Neuer Name, der dafür. So, Digga, erst mal Sound wieder hoch machen. Schlecht. 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 Ja, trau ich diese Spieler irgendwie. Ich war jetzt deswegen schlecht, Digga. Das war jetzt schon echt ein Trauer. Ja, guck, das ist kein Headshot, ne? Schlecht. Digga, hör doch auf. Ja, einfach Duo. Aber die Gegner, die schießen bei dir auch nicht gefühlt, ne? Ja. Die gucken dich alle nicht mehr an. Ja, tot. Ich treffe halt auch nicht, Digga. Boah, ne, Digga. Boah, ne, Digga. Nein, unser Weg hat nicht. Beide, du weißt nicht. Mann, er kann durch Smokes hin, oder was? Beide dort. Beide dort. Boah, ne. Neee. So, shit. So, shit. So, shit, das Spiel. Okay. So, wie die denn? So ein. So, ich kriege mich so. Ich glaube die Gegner haben gar keinen Bock mehr. 11-1-9-1-1-2-0-4-0-1. Ah 9-11, perfekt. Auch in PvP schaffen wir das. Oh ja keine Hit-Rage, geil. Geil, 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 geil. 4 Leute dort. 1, noch 2. Na egal, die Meads haben nur 1 Kill gemacht. Auch noch sie haben da den Weg. Ja jetzt mach das Quelle stehen, den weg. Jetzt kommen wir den Nagel nicht klar. Wir hopfen den Gäste fertig. ich vermisse Digger, warum holst du mich denn? Digger Jeder ne Emo Du hast einen Mengen, anstatt dass du andere Richtung schaust Und ich glaube, warum ich mich denn nicht Hm, ne, ne, das ist mein Köl Digger, so ein Bastard, Digger Lauf doch in die andere Richtung Dann willst du nochmal so Einmal kurz durchgehen Uma, ne, ne, ne Die Schlösschen Dann bist du in die Richtung Kiste, kiste Was ist das?